In dieser Folge von meinem großen Parkitect Achterbahn Tutorial zeige ich euch, wie ihr coolere Launch Coaster konstruieren könnt. Und außerdem habe ich weitere Tipps zum Thema Lifthill für euch parat. Wir fangen auch gleich damit an. Hey Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Hier spricht wieder der Vorbuddler vom Minenarbeit YouTube Kanal. Denkt bitte daran, falls dir das Video Spaß macht und auch irgendwas bringt, was ich ja schwer hoffe, dann hau später auf den Like-Button. Und falls du mehr vom Parkitect sehen möchtest und andere coole Spiele, dann abonniere den Abonnal. Das hätten wir also geklärt und können uns den Launch Coaster mal genauer anschauen. Diese Dinger kennt ihr wahrscheinlich, denn sie sind in den letzten Jahren sehr modern geworden. Viele Fallzeit-Parks haben sich Launch Coaster angeschafft. Wie zum Beispiel kennt ihr natürlich in aller Munde Taron aus dem Van Asialand. Schon nagelneu, aber schon Kult-Status, so nach dem Motto. Diese Launch Coaster haben den Vorteil, dass sie nicht so einen großen Kettenlift oder Lifthill benötigen, sondern die Züge werden eben mit Linearmotor oder hier in Parkitect offiziell hydraulisch abgeschossen über so eine Beschleunigungsstrecke. Das ermöglicht einen natürlich ein ganz anderes Layout zu bauen für die Achterbahn. Man muss sie auch nicht so hoch bauen, zum Beispiel gerade im Phantasialand ist das wichtig, da es da sehr starke Beschränkungen gibt. Aber der eigentliche Thrill bei solchen Bahnen ist natürlich die Beschleunigung, die einen beim Start so richtig schön in die Sitze presst. Also in 100 Sekunden von 0 auf 3 mindestens. Gut, also so wie ich jetzt hier meinen Launch Coaster gebaut habe, werden das die meisten Parkitect-Spieler auch tun. Ich werde euch nachher aber noch eine bessere Möglichkeit zeigen. Schauen wir uns erstmal an. Natürlich haben wir die Station gebaut und anschließend mit diesem Schalter hier unten das hydraulische Abschusssystem, was schon hier eine eingegebene Geschwindigkeit hat. Allerdings müssen wir hier ein bisschen was beachten, denn hier lest man den Text, erhöhe die Länge des Abschnitts für einen schnelleren Start. Also die Länge dieser Beschleunigungsspur ist ausschlaggebend für die Endgeschwindigkeit, die erreicht wird. Dieser Wert bezieht sich wohl eher auf die Beschleunigung. Wir werden das gleich mal testen. Vorher allerdings noch ein Tipp für euch, wenn ihr jetzt hier diese Beschleunigungsspur verlängern wollt, damit der Zug schneller wird, dann baut jetzt nicht so mehrere Stücke hintereinander, denn ihr werdet das gleich sehen, was passiert. Ihr seht hier schon diese Laufkatzen. Moment, ich muss zum Beispiel das Spiel mal starten, damit das überhaupt hier funktioniert. Leider geht das im Editor hier in der Editor-Ansicht nicht, dass wir den Zug beobachten können. Aber ihr seht schon deutlich, was hier passiert. Er stoppt bei jedem Teilstück erstmal und wartet, dass die Laufkatze ihn irgendwie fängt und rauszieht. Also so können wir es nicht machen. Das ist jetzt irgendwie nicht sehr sinnvoll. Wir gießen die Beschleunigungsstrecke erstmal aus einem Guss natürlich mit den gewohnten Schaltern. Vielleicht machen wir mal hier so eine 12er Länge, mal voll übertreiben. Jetzt testen wir mal, ob wir hier einen Unterschied erkennen können. Ich lasse es erstmal auf Standard 75 hier unten. Die Laufkatze ist da. Wir beobachten so ein bisschen den Zug. Ja. Okay, das merken wir uns. Ich erhöhe jetzt allerdings mal krass diesen Wert, sagen wir mal auf 130. Wir warten wieder auf die Laufkatze. Da ist sie schon. Dann kannst du losgehen. Ja. Und diesmal sieht man deutlich, dass die Beschleunigung erheblich stärker ist. Also die Länge der Beschleunigungsspur beeinflusst die maximale Höchstgeschwindigkeit, während dieser Wert sich auf die Beschleunigung auswirkt. Soweit so schlecht. Ich stelle euch jetzt mal lieber eine etwas elegantere Möglichkeit vor, so einen Launch-Bereich hier zu gestalten. So baue ich das eigentlich immer, weil ich es auch realistisch finde. Ich kenne es nicht anders. Der Zug, der rollt jetzt also erstmal in eine Warteposition in aller Ruhe. Ihr wisst schon, um auch die Spannung zu steigern natürlich, bauen wir hier noch so ein paar gerade Schienen hin. Und am Ende vielleicht eine Bremse, die ich auch wirklich dereisterweise richtig so manuell auf einen Stundenkilometer schalte. Damit es wirklich so aussieht, als würde der Zug dort stoppen. Und nach ein paar Sekunden, wenn die Spannung praktisch unerträglich wird, dann endlich weiterfährt und vor allem hinausgeschossen wird. Dann schauen wir uns das mal an. Ihr seht schon, so kennt man das eigentlich im Grunde, wenn man so sieht, dass der Achterbahnwagen langsam aus der Station fährt. Hier vorne wird er dann nochmal stoppen, beziehungsweise da tut er auch nur so, weil er nicht ganz anhält. Er verliert jetzt höchstens an Schwung, wenn die Laufkatze noch was braucht. Und er rollt jetzt noch mit letzter Kraft auf die Laufkatze. Da kann man auch fein justieren. Also ganze Feintuning müsst ihr schon selber machen. Das ist ja hier nur Testbetrieb, um euch das etwas zu demonstrieren. Aber auch wie schnell und wie hoch es hier hinterher weitergeht, das ist eure Sache, dass ihr Haus finden. Es sieht jedenfalls nochmal wesentlich eleganter und cooler aus, wenn er solche Launch Coaster baut, als einfach nur 0815 Beschleunigungsspur an die Station geklatscht. Doch jetzt muss ich euch enttäuschen, denn möglicherweise träumt ihr jetzt schon davon, vielleicht sogar Taron nachbauen zu können in Parkitect. Das ist leider so in der Form nicht möglich. Natürlich können wir auf einer Bahn auch mehrere Hydraulikstrecken hier anbauen. So, allerdings seht ihr jetzt folgendes schon, dass hier auch wieder die Laufkatze ist. Das bedeutet, der Zug saust nämlich nicht durch den zweiten Launch Bereich und nimmt da weiter Fahrt auf, sondern wird brutalst gestoppt, was natürlich nicht besonders schön ist. Vor allem nicht für die Fahrgäste. Naja Leute, aber seid nicht traurig. Lasst euch einfach etwas anderes einfallen. Ich würde euch nur empfehlen, erstmal mit meinem Anfangsbereich hier zu versuchen, euren Launch Coaster so zu konstruieren, wie ich es euch hier gezeigt habe. Es sieht echt besser aus. Macht auch mehr Spaß beim Zugucken. Und los geht's. Etwas Vergleichbares haben wir ja hier in diesem Vertical Drop Coaster. Da haben wir nämlich die Möglichkeit, eine Haltebremse einzubauen, hier oben auf dem Lift Hill, die den Zug tatsächlich hier erst für einige Sekunden festhält, bevor er in die Tiefe stürzt. Die Sekunden kann man sogar noch einstellen, wie man das gerne hätte. Und das ist auch alles ganz einfach. Dann kommen wir hier aus dem Zughügel raus und gehen direkt wieder nach unten. Ganz steil, wie sich das gehört, auf so einem Vertical Drop. Sonst wäre es ja kein Vertical Drop. Aktivieren jetzt auch noch die Haltebremse und wählen hier unten die gewünschte Sekundenzahl aus. Vielleicht mal drei, die sich ganz so lange dauert. Bauen. Und dann können wir auch die Strecke wieder nach unten ziehen. So, ein bisschen ausgleichen unten. Ist ja jetzt nur ein Test. Ich glaube, das ist meine Lieblingsbemerkung, dass das hier alles nur ein Test ist. Wenn ihr wissen wollt, was ich in Wahrheit so mit Parkitekt noch so alles anfange, außerhalb von dem Tutorial. Ich spiele auch gerade die Kampagne noch durch. Also die findet ihr auf dem Kanal und auch noch aus der Parkitekt Beta-Zeit, meinen großen Park, Minenpark-Ressort. Das findet ihr alles wie gewohnt auf meiner Kanalseite beziehungsweise auch auf minenarbeit.de. Und wie immer für die Leute, die bis jetzt dran geblieben sind, habe ich noch einen kleinen Bonus-Tipp. Und zwar, habt ihr das vielleicht schon mal gehabt? Wart ihr schon mal in dieser Situation? Ihr baut einen Zughügel, also einen ganz normalen Kettenlift und der führt jetzt hier um eine Kurve. Und ihr seht, das klappt in dem Fall hier auch. Das ist die Junior-Achterbahn. Die kann sowas. Die kann auch einen Lifthill mit Kurve haben, weil die nämlich über Reibräder angetrieben wird und nicht über eine Kette. Ihr könnt euch vorstellen, eine Kette kann jetzt nicht gut um Kurven laufen. Das klappt nicht gut. Aber so Reibräder sind auch ja natürlich eine verbreitete Antriebsform bei Achterbahnen. Soweit ist das bei der Junior-Achterbahn. Kein Problem. Aber was ist denn nun, wenn ihr euch entscheidet, zum Beispiel etwas ganz anderes zu bauen? Nehmen wir mal den Inverted Coaster. Und da baut ihr auch so schön für euch hin und geht in den Lifthill. Und weil es eng ist, soll er jetzt hier auch in eine Kurve gehen. So habt ihr euch das vorgestellt. So, und dann führt der Lifthill vielleicht sogar noch weiter nach oben. So, und das habt ihr natürlich jetzt gemerkt, dass ich hier in der Kurve natürlich keine Kette aktivieren konnte und der Zug hier auch nicht durchkommt. Aber wir kennen da einen guten Trick, wie wir es trotzdem schaffen. Das können wir nicht so lassen. Es wird schon funktionieren. Verlasst den Editor und geht hier in die Einstellung und verlängert einfach die Länge des Zuges. Die steht jetzt hier auf 5 Wagen pro Zug. Die drehe ich jetzt mal ganz hoch auf 8 Wagen. Dann gehen wir jetzt hier wieder zurück in den Editor, um uns das ansehen zu können, was jetzt passieren wird. Natürlich wird der Zug praktisch hier durch die Kurve geschoben. Der letzte Wagen ist hier unten noch auf der Kette. Und bevor er die Kette verlässt, ist der erste Wagen schon wieder im nächsten Kettenbereich angekommen. Und es läuft wie am Schnürchen. Ja, und so kriegt er auch bei normalen Achterbahnen den Zug durch einen kurvigen Kettenlift. Auch wenn das jetzt nicht so ganz realistisch ist, natürlich. Aber Leute, lasst uns nicht vergessen, auch Parkitect ist einfach nur letztendlich ein Computerspiel. Wir wollen unseren Spaß haben und den fantasiefreien Lauf lassen. Insofern hoffe ich mal, dass ich euch auch heute wieder ein paar Tipps geben konnte, dass ich euch weiterhelfen konnte, dass es euch vor allem auch Spaß gemacht hat. Und wir uns vielleicht irgendwo auf meinem Kanal wiedersehen in Kürze. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen. Bis dahin allerdings wünsche ich euch noch was. Bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch auch keine Angst sein jagen.